Hallo und herzlich willkommen zu so geht. In diesem Video sind wir in der Mathematik und es geht um Ableitungsregeln und heute wollen wir uns mal die Potenzregel und die Faktorregel anschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und gebt einen Daumen nach oben. Aber zum Video. Potenzregel und Faktorregel. Fangen wir mal mit der Potenz an. Also der Potenzregel und bei Funktionen, die wie folgt aufgebaut sind, also f von x gleich x hoch irgendetwas. Das ist ein Platzhalter und ich habe jetzt R genommen. Ich weiß, in den meisten Schulbüchern steht was von N, aber da dürfen alle rationalen Zahlen eingesetzt werden. Deswegen finde ich an dieser Stelle R besser und passender. Also alles was als Bruch dargestellt werden darf. Also es gilt erstmal grundsätzlich nur für Funktionen diesen Typs. Das was ich jetzt sage. Und Beispiele dazu werden x Quadrat, x hoch 3, x hoch 4, x hoch 5. Da kann man ganz viele nennen. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt nämlich auch Gegenbeispiele. Also es gilt nicht für 2 hoch x, also wenn das x da oben stände. Dann gilt diese Potenzregel nicht. Und wo man auch aufpassen muss, da vertut man sich gerne mal, wenn da zwar eine Potenz ist, aber x noch irgendwas dabei hat, wie hier zum Beispiel x minus 1. Dann gilt es eben auch nicht. Schauen wir uns also an einem Beispiel. Ich habe das untere hier genommen. F von x gleich x hoch 3. Schauen wir uns also mal an, wie man davon die Ableitung bildet mit der Potenzregel. Oder umgekehrt eben, was die Potenzregel ist. Okay, ich zerlege das mal, damit das ein bisschen optisch klarer wird. Das x Quadrat, das x mit dem grünen Viereck und die Hochzahl mit dem hellgrünen Viereck. Und diese ganzen Schritte, die dienen jetzt der Erklärung. Die muss man natürlich nicht hinschreiben. Man scheint nachher nur die Ableitung hin. Aber das allererste, was man macht, ist, man schreibt die Hochzahl vor das x. Also egal, welche Zahl hier oben steht. Ob hier eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine minus 1, eine minus 2 oder was auch immer da oben steht. Schreibt ihr bitte vor das x. Dann sieht das in meinem Beispiel so aus. Das wird dann 3 mal den Rest. Das Malzeichen wird aber auch gern weggelassen. Da kann auch 3x hoch 3 stehen. Das wäre genau dasselbe, als wenn er 3 mal x hoch 3 stände. Okay, Schritt 2. Ich reduziere hier oben, welche Zahl da auch immer steht, um genau um eine. Also immer minus 1. Auch wie gesagt, völlig egal, was da oben steht. Da kommt immer ein minus 1 hin. Dann kann ich das da oben natürlich ausrechnen. 3 mal x Quadrat. Und dann bin ich schon fertig. Das ist jetzt die Ableitung. Wie gesagt, diese 4 Schritte, die dienen der Erklärung. Das schreibt man natürlich nicht hin. Jetzt würde man hinschreiben, f' weil die erste Ableitung bekommt einen Strich von x. Damit weiß man, hier ist jetzt die Ableitung gemeint, ist jetzt eben 3 mal x Quadrat. Wenn man diese Schritte hier einmal durchgeführt hat. Wenn man das Ganze nochmal ableiten möchte, geht man wieder stumpf so vor, dann wäre es die zweite Ableitung. Aber es soll ja erstmal um die grundlegenden Regeln jetzt hier gehen. Das kann man natürlich auch ganz allgemein ausdrücken. Hier mit diesem x hoch r. Auch da mache ich genau dasselbe. Ich zerlege das mal kurz hier zur Erklärung wieder in x in blau und in r in diesem hellenblau. Und auch wenn oben Platzhalter steht, also eine Variable und gar keine Zahl. Die wird vor x geschrieben. Dann habe ich sowas. r mal x hoch r. Und jetzt reduziere ich da oben auch, genau wie hier, das r um 1. Jetzt kann ich natürlich r minus 1 nicht ausrechnen. 3 minus 1, das wissen wir ist 2. r minus 1 bleibt r minus 1. Das ist nicht ausrechenbar. Wir sind also an dieser Stelle schon fertig. Die Ableitung wäre also in ganz allgemeiner Form geschrieben. r mal r hoch r minus 1. Das hier oben dürftet ihr auch gerne in Klammern schreiben, wenn ihr das ein bisschen optisch klarer stellen wollt. Okay, das ist also die Potenzregel. Schauen wir uns mal die Faktorregel an. Die baut da eigentlich genau drauf auf und ist jetzt nicht mehr so viel besonders neuer. Das ist die Frage, was ist denn, wenn jetzt vor diesem vor diesem x hoch r irgendeine Zahl noch stände? Also nur ein K. Es sei gesagt, das K muss kann auch, das habe ich schon als C gesehen oder manche schreiben dann A. Völlig egal, welche Buchstaben ich nehme, aber an den Beispielen wird es wahrscheinlich klarer. Da steht irgendeine Zahl davor, also zum Beispiel 4 mal x² oder 2 mal x hoch 3. Was passiert denn mit der Zahl davor? Auch das können wir uns wieder angucken. Ich nehme wieder das untere Beispiel und wir wenden jetzt die Faktorregel an, die nichts anderes ist als die Potenzregel und wir beachten diesen Faktor. Das ist eine Multiplikation, deswegen auch Faktor. Jetzt sieht es ja so aus, 2 mal x hoch 3, 2 mal x hoch 3. Das 2 mal habe ich jetzt extra grau gemacht, weil damit wird eigentlich nichts gemacht, außer nachher verrechnet. Deswegen hat es jetzt keine Farbe. Auch da machen wir folgendes, wir schreiben die 3 vor, ganz nach vorne. Wir dürfen sie natürlich auch hier in die Mitte schreiben. Dann steht da 3 mal 2 mal x hoch 3. Also nichts gemacht, da ist auch wieder da die Potenz nach vorne geschrieben. Die können wir jetzt ausrechnen. 3 mal 2 ist 6. Und dann kommt wieder der letzte Schritt, der bei der Potenzregel auch dran war. Wir reduzieren hier oben um genau immer 1. 3 minus 2. Dann haben wir 6 mal x hoch 2. Also ihr seht, der Faktor, der wird einfach nicht beachtet und mitverrechnet. Das sind so die Sachen, die man beachten muss. Also als Ableitung F' von x ist gleich 6 mal x². Und auch das lässt sich natürlich mit dieser blauen allgemeinen Form auch darstellen. Sowas ähnliches findet ihr dann auch mal in Formelsammlungen oder sowas, Tabellenbüchern. Da wird das k auch wieder hier vorgeschrieben. Also ich habe jetzt k mal x hoch r. K mal x hoch r. Das k wird, ja, ich ignoriere, sage ich jetzt einfach mal, und das r nach vorne geschrieben. Dann haben wir r mal k mal x hoch r. Dann ist es natürlich jetzt eine Besonderheit. r mal k kann ich nicht ausrechnen. 3 mal 2 konnte ich ausrechnen. Das heißt, das bleibt einfach stehen. Das ist schon das Endergebnis quasi. Und hier oben reduziere ich wieder um 1. r minus 1. r kann ich eben auch nicht mehr reduzieren. Also um 1 reduzieren, das kann ich weiter ausrechnen. Das heißt, da sind wir jetzt schon fertig. Das Einzige, was man in den Büchern immer ganz gerne sieht, ist, dass das k nach vorne geschrieben wird und das r vor dem x steht, damit es wieder diese Form so ein bisschen hat. Deswegen habe ich das auch gemacht. Hier steht jetzt ja r mal k. Das ist eine Multiplikation. 2 mal 3 ist dasselbe wie 3 mal 2. Darf ich also auch durchtauschen. Hier steht dann k mal. Und da seht ihr, das ist ja quasi wieder die Potenzregel. Also k mal die Potenzregel. Der Faktor bleibt davor und wird, wenn es dann geht, eben miteinander oder eher mit dem anderen Faktor, der dann kommt, einfach verrechnet. Und mit diesen beiden Regeln könnt ihr schon eine ganze Menge ableiten. Weitere Videos folgen natürlich zu den anderen Rechenregeln oder Ableitungsregeln. Aber für dieses Video soll es erst mal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.